Guten Morgen, liebe Schüler! Ja, läuft total gut bei mir. In ganz Deutschland hat die Schule wieder angefangen und deswegen zeigen wir euch die modernste Schule Deutschlands, die wirklich ziemlich cool ist. Außerdem ein Unterrichtskonzept, bei dem man tatsächlich nur das lernt, was man wirklich fürs Leben braucht. Und ihr zu Hause könnt jetzt schon mal testen, ob euer Schulwissen eigentlich noch ausreicht, um versetzt zu werden. Das Ganze in der Galileo App. Viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.